Musik Herzlich willkommen zu JU Live. Ihr kennt dieses Format schon, auf diesem knallorangenen Sofa interviewen wir immer wieder Politikerinnen und Politiker. Unter anderem haben schon unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, aber auch Jens Spahn Platz genommen. Roland Koch hat auch schon mal im Rahmen von einem Projekt Platz genommen. Und heute wollen wir aber nochmal ganz explizit mit ihm sprechen. Denn es liegt ja eine bewegte Woche hinter der CDU. Nach der Thüringen-Wahl sind die Diskussionen rund um die zukünftige Ausrichtung der CDU wieder so ein bisschen von Neuem entbrannt. Und es gibt den Streit um die besten Ideen für die Zukunft unserer Partei, für unser Land. Und Sie haben eben diese Ideen in einem Artikel im Cicero veröffentlicht und haben sich davor Gedanken gemacht. Aber erst mal zu Ihrer Person. Wie ja alle wissen es, Ministerpräsident AD im wunderschönen Hessen, Ehrenvorsitzender der CDU Hessen, aber ganz wichtig CDU-Mitglied bei uns im Main-Taunus-Kreis. Deshalb erst mal ein ganz herzliches Willkommen bei der JU Main-Taunus und JU Live. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und wieder mit euch diskutieren kann. Wir freuen uns über diese Gelegenheit, so ganz schnell und aktuell mit Ihnen über die Zukunft zu sprechen. Denn Ihr Interview bzw. Ihr Artikel war ja wirklich voller Ideen. Sie beschäftigen sich, wie gesagt, mit der Zukunft der Partei. Was hat Sie denn dazu veranlasst, mal ein Konzept, mal Ideen, Thesen über unsere Partei zusammenzuschreiben? Ich glaube, dass jemand wie ich am ehesten zu einer Parteiarbeit beitragen kann, wenn man aus der Position, nicht ein Amt anzustreben, nicht an irgendwelchen konkreten Auseinandersetzungen teilzunehmen, sich auch mal die Zeit nimmt zu fragen, was steht eigentlich hinter den ganzen Dingen, die wir so tagespolitisch machen und die ja sehen wir jetzt ja im Augenblick wieder von Journalisten sofort übersetzt werden. Dann bedeutet das, der ist gegen den oder für die oder was anderes. Es geht ja um mehr. Und ich glaube, dass wir uns als CDU schon deutlich machen müssen, wir haben vor einem Jahr auch mit dem Wechsel im Parteivorsitz solche Veränderungen nicht aus Spaß vorgenommen, sondern da war schon das Gefühl, das kann ein schwieriges Jahr werden, dieses Jahr 2019. Es ist ein schwieriges geworden. In Thüringen haben wir das erste Mal ein Wahlergebnis, in dem die CDU im Prinzip nur noch wählen kann, ob sie mit Linksradikalen oder Rechtsradikalen baktieren will, weil sie nicht die eigene Stärke und Größe hat, die eine Volkspartei CDU eigentlich braucht, um dann mit anderen Partnern zusammen Mehrheiten in der Mitte bilden zu können. Und damit sind wir mit dem Projekt nicht erfolgreich genug. Und nur, um das gleich zu sagen, das hält nicht damit zusammen, dass es diese Parteivorsitzende ist. Es ist nicht eine Personenfrage, sondern es geht über das Thema, wo ist denn unser politisches Profil für die Zukunft, das uns bei jungen Menschen, bei älteren Menschen in der Mitte der Gesellschaft attraktiv hält. Und dazu habe ich in dem Cicero-Papier versucht, einmal ein paar Thesen aufzuschreiben und hoffe ein bisschen darauf, dass irgendwann nicht nur über Personen diskutiert wird, sondern über die Frage, hat der Recht oder Unrecht? Ich muss ja nicht Recht haben, aber ich würde gerne eine sachlichere Diskussion haben, die an Punkten Stück für Stück abhakt, wollen wir so aussehen oder anders? Und wenn anders, dann wie? Und was müssen wir dafür tun? Und das ist zu wenig der Fall in der CDU und das schadet uns. Jetzt wird ja viel über Führung gesprochen, wohin soll geführt werden, wie stark soll geführt werden. Lässt sich diese Diskussion denn so einfach von dem, wer führt, abtrennen? Naja, am Ende landet Politik immer in Personen, aber eigentlich müssen diese Diskussionen vorher geführt werden und dann muss man sozusagen auch sehen, ist die personelle Aufstellung dafür. Es ist ja auch nicht so, dass nichts passiert, wenn man das sieht, was Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende in den letzten Monaten getan hat. Von der Debatte über die Dienstpflicht, die sie schon geführt hat, bevor sie Parteivorsitzende war, über die Frage dieses sogenannten Werkstattgespräches und einige Erklärungen in der Frage Migrationspolitik und Grenzsicherung, die möglicherweise nicht jedem gefallen hat, aber sie Entscheidungen getroffen hat, die ich persönlich auch für richtig halte. Auch ihre jetzige Diskussion als Verteidigungsministerin über die Frage, wie ist das Engagement Deutschlands in einem gemeinsamen Europa, den Fragen wirklich Verantwortung zu übernehmen, das sind durchaus Elemente, die verändern im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Und deshalb habe ich gar keine Lust, das jetzt sozusagen darauf zu beziehen, zu sagen, die ist ein Jahr Vorsitzender, das ist nicht die richtige Weg gewesen. Aber sie braucht dann eben auch eine Partei, die inhaltlich mitgeht und sie muss auch den notwendigen Kurs hinreichend klar bestimmen mit all den Dingen. Und dazu, glaube ich, kann man einen Beitrag leisten, indem man ihr, aber eben auch in einer Zusammenarbeit, die sie ja Gott sei Dank mit Friedrich Merz hat, also die zwei ziehen an einem Strang, Jens Spahn ist sicherlich der erfolgreichste Minister, den wir in dem Kabinett haben. Also wir müssen uns eigentlich nicht verstecken, wir haben Personen, aber viele der Wählerinnen haben den Eindruck, dass die Botschaft, die die Personen insgesamt versenden, alle zusammen, nicht klar genug ist und bleiben zu Hause, wählen andere Parteien und sorgen am Ende dafür, dass die große Volkspartei CDU in der Gefahr ist, hinter der SPD herzufallen, die diese Rolle als Volkspartei ja leider im Augenblick verloren hat, die nur eine Menge tun müssen, um da überhaupt wieder hinzukommen. Und wir sollten aufpassen, dass wir es soweit gar nicht kommen lassen. So, jetzt gab es viel Feedback zu diesem Artikel. Bevor wir jetzt gleich in die Inhalte gehen, möchte ich nochmal darüber sprechen. Ich habe ganz, ganz viele gehört, wenn ich den Artikel lese, dann weiß ich, warum ich in der CDU bin. Es gab aber auch höhere Repräsentanten, bei denen ich fast das Gefühl hatte, dass sie ihnen das Recht absprechen wollten, sich überhaupt noch zu diesem Gesamtkomplex zu äußern. Haben wir so ein bisschen das Streiten verlernt in der Union? Ich denke, das Gefühl habe ich gelegentlich, ja. Ich glaube, dass das auch wieder nie einseitig ist, weil einfach einzelne in der CDU streitfaul sind. Das ist zu einfach. Wir sind ein bisschen auch ein Land geworden, in dem Menschen den Versuch machen, der Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, dadurch zu entweichen, indem sie, wer auch immer das ist, denen da oben sagen, einigt euch, streitet nicht. Und in der Demokratie geht das halt nicht, weil es gibt bestimmte Dinge, die muss man halt entscheiden. Und entweder gibt es keine Freiheit mehr, weil das irgendeiner entscheidet, ohne dass man mitreden kann, oder man hat ein Recht zum Mitreden, da muss man halt auch mitreden. Und das gilt auch für die Partei. Wenn man die CDU in ihrer Geschichte sieht, dann ist das eine Partei, die ganz viel gerungen hat. Ich meine, in der Gründung der CDU, wir waren jetzt da die 70 Jahre, in der Gründung der CDU, waren Menschen in dieser Partei, die waren ganz, ganz nah am sozialistischen. Also wir Hessen können das ja so sehen. Die hessische Verfassung mit Zustimmung der CDU hat bis zur Verstaatlichung der Grundindustrie alles Mögliche in der Verfassung stehen. Daraus ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft geworden. Nicht vom Himmel gefallen. Errungen und erstritten. Natürlich haben wir in der CDU in vielen Fragen danach, zum Beispiel in meiner Generation, Als ich anfing, mal über die Zeitungszeilen zu gucken, ob ich CDU-Mitglied werden will, gab es die Debatte über die Mitbestimmung in Deutschland. Paritätische Mitbestimmung in Unternehmen. Das hatten manche CDU-Mitglieder für die Einführung des puren Sozialismus gehalten. Andere für notwendig. Heute ist es ein Erfolgsmodell. Wir haben Vermögensbildung, berufliche Bildung, viele Dinge völlig neu geordnet. Wenn ich die letzten 15 Jahre versuche, zurückzuerinnern, kann ich mich an keine vergleichbare Diskussion erinnern. Nun muss man nicht jeden Tag streiten, aber man muss Auseinandersetzungen um die Zukunft so führen, dass die Menschen in Volksparteien sehen, da findet mein Streit auch statt. Wenn die den Eindruck haben, dass es da gar keine unterschiedlichen Meinungen und keinen Kompromiss mehr gibt in dieser Partei, dann suchen sie häufig auch Alternativen dafür. Und das sehe ich die große Gefahr. Meine These ist, wenn man nicht in der Mitte streitet, wenn es nicht zwischen SPD und CDU Streit gibt, wenn die Volksparteien nicht unter sich ringen, dann heißt das nicht, dass die Menschen nichts mehr anderes wollen, sondern dann gehen sie an die Ränder, wo der Streit ist. Dann werden sie links- und rechts-Außenparteien wählen. Und das ist im Augenblick der Fall. Das muss aus der Mitte verhindert werden. Das kann man nicht verbieten, sondern darum muss man kämpfen. So, jetzt sind wir schon beim Thema CDU-SPD und ein Hauptziel ihrer Kritik im Cicero ist ja auch die große Koalition und die sogenannten Formelkompromisse. Ist aber nicht der Kompromiss eigentlich die höchste Kunst der Politik? Wie schaffen wir diese Balance zwischen Unterscheidbarkeit in der politischen Mitte, aber auch mehrheits- und kompromissfähiger Politik? Na ja, es sind ein bisschen, vielleicht sogar zwei Themen. Also das eine ist, was ist das Problem der großen Koalition? Große Koalition ist eine Notlösung. Sie muss in einer Demokratie in Notsituationen möglich sein. Das ist eine Verpflichtung der großen demokratischen Parteien. Und deshalb darf man das nicht im Bauschenbogen immer wegwerben. Wenn es zu einem Dauerzustand wird, dann sind die beiden Parteien, die eigentlich dafür geschaffen sind, um den Wettbewerb, um den Kanzler zu gucken, wer führt, auf einmal eins. Wenn dann den Menschen die Politik nicht mehr passt, was machen sie dann? Historisch gesehen sind sie dann von CDU zur SPD und umgekehrt gewandert oder zu einem der jeweils kleineren Koalitionspartner. Wenn das alles in der Mitte eins und nicht mehr reicht, dann werden andere Signale, sozusagen Botschaften des Unwillens, auf einmal zu Wählerstimmen für Parteien, die nicht in der Mitte des demokratischen Spektrums stehen. Insofern große Koalitionen haben keine große Zukunft und die Chancen dieser großen Koalitionen sind aus meiner Sicht längst aufgebraucht. Jeder weiß, die wird es nie wieder geben. Jeder weiß, es wird zu anderen Konstellationen kommen und jetzt bewegen wir uns dort sozusagen in einer unzufriedenen Lage. Das ist der eine Teil der Frage. Aber der andere ist ja vielleicht noch wichtiger. Kompromisse müssen am Ende von etwas stehen. Ich muss wissen, für was ich im Sinne von Abstriche machen, von dem, was ich eigentlich will, etwas bezahlt habe. Also, wenn Parteien anfangen, über den Kompromiss schon nachzudenken, bevor sie ihre eigene Position formulieren, und die CDU ist immer mehr in diese Position hineingeraten, dann ist das gefährlich. Man muss sich einfach mal erinnern, was ist eigentlich passiert seit der Bundestagswahl in den Verhandlungen für die unterschiedlichen Koalitionspartnern. Wir haben so viele Verhandlungen. Ist da jemals gesagt worden, deutlich auf was die CDU verzichtet? Bei den Grünen war das klar, oder FDP war das klar, bei der SPD, die redet den ganzen Tag darüber, wie schmerzhaft es für sie ist und was sie mindestens haben muss, um das zu tun. Das beherrschen die Medien jeden Tag. Wo ist eigentlich das, was die CDU durchsetzen wollte, was sie möglicherweise als Kompromiss abgeben hat, was ist ihr wichtig? Die CDU hat sich so aufgestellt, dass sie auf jeden Fall den Kompromiss am Ende vertreten kann. Aber sie hat weniger darauf geachtet, erst einmal zu sagen, was CDU ist und was es von anderen unterscheidet. Das kann man auch mal taktisch machen, da muss man nicht jeden Tag mit dem Fuß aufstampfen, aber wenn es auf dauerhaft zu einem Imagefrage wird, dann ist es ein Problem. Und aus meiner Sicht, kann man ja besprechen, haben wir dabei ein so großes Stück von eigenständigem Profil als Union im Augenblick in Vergessenheit geraten lassen, dass wir wieder erwecken müssen, was nicht neu erfunden werden muss, aber was wieder sichtbar werden muss, damit es überhaupt dann die Fähigkeit gibt, auch Kompromisse zu machen. Die wird weiter sein müssen und die werden sogar breit sein müssen. In Zukunft, ich glaube eher, dass Schwarz-Grün nicht nur in Hessen, sondern auch an anderen Stellen in Zukunft die Mehrheitskonstellation in Deutschland ist. Das werden ganz fürchterliche Kompromisse auch für die CDU sein, bestimmt. Das ist aber verkraftbar, wenn die Menschen wissen, dass nicht die CDU ihre Meinung geändert hat, sondern sie zur Mehrheitbildung sozusagen Preise gezahlt hat. Preise im Sinne von Konsens. Dann ist das in der Demokratie verkraftbar. Aber wenn die CDU-Leute ihre Heimat verlieren, weil sie nur noch den Konsens sehen, dann gibt es die CDU nicht mehr als Partner an dieser Stelle. Da haben wir jetzt darüber gesprochen, wie die Arbeitsweise der Großen Koalition ist. Gehen wir mal in die Inhalte. Sie haben in drei Thesen analysiert, wie sich auch die Politik der Union und der Großen Koalition gewandelt hat. Auch aus ihrer Sicht nicht unbedingt ins Positive. Ich würde das gerne jetzt mal durchgehen. Die erste Überschrift der ersten These könnte sein, das Leitbild zwischen Freiheit und Verantwortung. Wie sehen Sie dieses Leitbild in Gefahr? Nach meiner Beobachtung sind wir im Augenblick in Deutschland in einer Situation, dass eigentlich jede staatliche Regulierung von was auch immer gut geheißen wird. Weil es ist gut, wenn der Staat sich darum kümmert. Das ist nicht die Position der CDU. Das war immer die Position von Sozialdemokraten und anderen, die gesagt haben, der Einzelne ist an sich ein ziemlich gefährliches Wesen. Auf den muss man aufpassen. Und der macht auch viele dumme Sachen gegen sich selbst. Deshalb muss man doppelt aufpassen. Wir glauben eigentlich als Christdemokraten, der Einzelne ist ein ziemlich schlaues Wesen. Und wenn man in der Gesellschaft gut organisiert, ist es, wenn jeder Einzelne erst mal für sich kümmert und die normalen sozialen Regeln des Anstands benutzt, dann haben am Ende alle mehr davon, als wenn alle eingelullt werden von staatlichen Regelungen. Das muss die CDU repräsentieren. Und deshalb muss die CDU auch bei Regelungen Nein sagen. Und muss sagen, wir wollen das marktwirtschaftlich regeln. Und das ist unser Markenzeichen. Man kann die Freiheit nicht dadurch verteidigen, dass man dazu schweigt, wenn alle anderen die Freiheit einschränken wollen. Und wir leben in einer Welt, die permanent mehr reguliert. Die Welt wird dadurch nach meiner festen Überzeugung nicht besser. Deshalb bin ich aber auch CDU-Mitglied. Ich glaube, das sehen auch viele andere so. Aber ich höre das nicht mehr, wenn ich Regierungen zuhöre, die aus der CDU kommen. Und das halte ich für falsch. Zweite These hat sich mit unserer Verteidigung, sowohl der nationalen, aber auch der europäischen, beschäftigt. Und Sie machen sich Sorgen um die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Was muss da gemacht werden? Was liegt da im Argen? Ja, ich bin ja gar nicht so dabei, immer an diesen Stellen ein Programm einzufordern. Das sollten ja auch Menschen, die sozusagen politisch gesehen Pensionäre sind, vorsichtig sein. Ich frage meine Parteifreunde und die CDU eigentlich was anderes. Wenn ihr jetzt jemand nachts aufweckt und sagt, er soll sagen, was die CDU ist, fällt dem dann ein, die sind eher für Freiheit als für Regulierung? Oder hat er das inzwischen vergessen? Und da gilt dann auch die Frage, fällt dem eher ein, die CDU ist eine Partei, die Sicherheit gewährleistet? Da fühle ich mich geborgen. Und die Sicherheit hat etwas zu tun mit der Polizei vor Ort, hat aber auch etwas zu tun mit der Frage, bin ich willens und in der Lage, Grenzen zu verteidigen gegenüber jedem Mann? Und hat auch etwas damit zu tun, sind wir stark genug, unsere eigenen Interessen in der Welt zu vertreten, auch wenn die Amerikaner uns wie im Augenblick nicht helfen? Und auch in dieser Frage ist das Profil einfach ein deutliches Stück schlechter geworden. Wir haben die Diskussion gehabt 2015, ob man Grenzen überhaupt noch schützen kann. Das hat Annette Kahn-Karrenbauer ein Stück weit korrigiert, aber an der Stelle ist die CDU nicht mehr so klar, wie sie war. Und wenn ich über Verteidigung rede, dann müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht das Land sind, in dem bestenfalls noch Sanitätsbataillons in internationale Missionen geschickt werden. Aber wir dann sagen, ja, das sollen mal die Franzosen machen, das sollen die Engländer machen und schade, dass es die Amerikaner nicht mehr machen. Und dann verschwört sich die Welt gegen uns. Im Nahen Osten ist es im Augenblick so. Das heißt, wir sind da unmittelbar beteiligt. Aber wir haben von Anfang an entschieden, was immer da passiert, wir werden nicht gemeinsam mit anderen Europäern auch die Menschen dort vor Ort schützen, was bedeutet, militärisch auch Stärke zu zeigen. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten, nach meiner Meinung. Und ich wüsste gern, wie sieht die CDU das? Ich glaube, dass die CDU das so sieht wie ich, aber ich höre es nicht. Sie haben weiterhin den Glauben an die kreative Kraft des Eigennutzes, eben als Motor für Innovation und Verbesserung, haben Sie geschrieben. Wie muss das auch in die Politik münden, dieser Glaube an den Einzelnen? Ja, ich bedrehe dir ein bisschen die These, dass wenn man sich in der CDU wohlfühlen will und wenn man sieht, was unsere Grundsätze sind, eigentlich ja dieser Dreiklang von Freiheit, Sicherheit und Optimismus viel besagt. Das ist nicht alles zu diesen Elementen gehört, soziale Rücksichtnahmen gehört, Rücksichtnahmen auf die Umwelt, also nur damit nicht sozusagen kein falsches Zitat daraus wird. Aber diese Frage, wenn ich als Bürger auf die CDU schaue, bin ich dann, fühle ich mich dann bei Leuten, die glauben, dass die Zukunft besser werden kann. Wir haben ganz viele Menschen im Augenblick in unserem Land und in Europa, die ganz große Sorgen haben oder wirklich für sich selbst und ihre Kinder überzeugt sind, es wird alles schlechter. Und die deshalb auch sagen, wir müssen verzichten und regulieren und was auch immer machen, der Staat muss auf alles aufpassen. Ich glaube, wir leben eigentlich in einer Geschichte der letzten Jahrzehnte, in denen im ganzen Großen vieles besser geworden ist. Und ich glaube, dass wir ganz viele, auch junge Menschen haben, die neue Ideen, Innovationen haben, wie wir die Herausforderungen lösen können, die ja groß sind. Sowohl wie man mit einer Alterspyramide zurechtkommt, die viele Pensionsverpflichtungen mit sich bringt, wie man mit einer Umweltsituation zurechtkommt, in der wir ganz schnell Technologien haben müssen, die weniger Ressourcen verbrauchen und die eher sozusagen den Klimazielen gerecht werden als in der Vergangenheit. Aber müssen wir deshalb aufhören, Auto zu fahren? Müssen wir deshalb aufhören, unsere Essgewohnheiten zu haben? Dürfen wir deshalb nicht mehr in die Welt reisen und die großen Chancen, dass der Planet heute allen auch jungen Menschen offen steht? Ist das auch einmal ein Frevel? Oder können wir nicht bis 2050 mit Benzin fliegen, das keine Umweltbelastung mehr hat, weil es erneuerbar ist? Können wir nicht einen Weg der Transportsysteme finden, der ohne Umwelt zu schädigen? Es ermöglicht die Mobilität für jeden Bürger, alle Einkommensschichten und ob er im Vogelsberg wohnt oder mitten in der Großstadt weiterhin gewährleistet, haben wir nicht die Chance, Hilfssysteme für Menschen in sozialen Notlagen aufzubauen, dass sie sich viel besser fühlen in der Welt. Telekommunikation, die die Ausbildung im letzten afrikanischen Dorf relativ schnell ermöglicht, weil per Internet der Unterrichtende irgendwo in Deutschland, in Amerika oder in Südafrika sitzt, können wir nicht aber ein Stück davon träumen, dass diese Gesellschaft der Zukunft eine tolle Gesellschaft ist? Wenn die CDU nicht mehr daran glaubt, dass die Gesellschaft von morgen ein Stück besser und schöner und ich sage noch ein Stück besser und schöner ist als das, was den Menschen in den letzten Jahrzehnten gelungen ist zu schaffen, warum sollen sie dann eigentlich attraktiv genug sein, damit Bürger folgen und eine solche Partei wählen? Und ich finde, das liegt an Formulierungen. Wenn ich die CDU frage, glaubt ihr an die Zukunft, sehe ich in der CDU nur Leute, die an die Zukunft glauben. Mein Ratschlag ist einfach, deshalb habe ich das Cicero-Papier geschrieben, ja, dann sagt es doch. Also Mut zur Zukunft. Aber ich will dieses Dilemma, in dem sich ja unsere Partei befindet, auch nochmal ein bisschen deutlicher machen, eben an diesem Umweltthema, weil das eben auch ein Thema ist, was unsere Generation sehr, sehr stark beschäftigt, weil es ist ja ein Thema, wo das Land, man muss es sagen, gespalten ist, zwischen Ost und West, zwischen Land und Stadt. Die Grünen wollen den absoluten Systemwechsel. Die AfD leugnet den Klimawandel. Im Osten wird immer mehr AfD gewählt. Im Westen immer mehr die Grünen. Die Städter sagen alle, ja, wir können alle aufs Auto verzichten. Da sagen die Leute auf dem Land, ja, ihr seid lustig. Ihr habt ja auch ein funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem. Wie finden wir da diese Balance und wie schaffen wir es, Leute für uns eben mit dieser Balance zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West, zwischen Umwelt, Ökonomie und Sozialem zu schaffen? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie ist das mit Streit und Diskussion in einer Partei. Deshalb würde ich eigentlich zuerst sagen, mir wäre ganz wichtig, wenn ich in der CDU mehr Leute sehen könnte, die sich für dieses Thema auch verreißen. Also auch den Konflikt suchen. Der CDU ist ja in der Geschichte dieses Thema entlaufen. Wir haben die Ersten gehabt, die sich politisch mit der ökologischen Herausforderung befasst haben. Herbert Kohl und das Buch Ein Planet wird geplündert, ist eben leider nicht in die Geschichte eingegangen, als der Startpunkt der CDU. Ich habe vor einem Bundesparteitag vor langen Zeiten mal dafür gestritten, dass die Marktwirtschaft soziale und ökologische Marktwirtschaft heißt. Das ist dann ins Grundsatzprogramm gekommen. Dann hat man es wieder gestrichen, weil das Ökologische nicht so realisiert hat. Das liegt aber auch daran, wir müssen diese Debatte, die da unter jungen Menschen, die unter den Staaten der Welt geführt wird, die müssen wir zu uns hineinholen. Ich fürchte nach wie vor, dass das Bloggerstück von Reso ja nicht deshalb keine Antwort gefunden hat, weil es niemand in der Union gibt, der bloggen könnte. Das wäre schon der Beweis, hier hätte man einfach Junge Union Main-Taunus fragen müssen. Also das kann nicht an der Technik alleine liegen, sondern es lag daran, dass man sich nicht klar genug über die Antwort ist. Und da gibt es eine ganz klare Frage am Anfang. Glaubt man, dass es im Jahre 2028 den Tippingpunkt des Weltuntergangs gibt und leitet daraus alle Maßnahmen ab und muss jetzt im Prinzip mit Maßnahmen der Gesetzesarmee, also nicht mit militärischer Armee, aber des Verbotes und des Regeln von heute auf morgen auf alle Bremsen dieser Erde stellen, Entwicklungen abstellen und dann ist 2028 alles in Ordnung. Oder darf man auch sagen, das würde ganz, ganz viele Menschen Arbeit kosten, das würde ganz viele Länder in Probleme bringen, die erst noch die Arbeit brauchen, die wir im Wohlstand alle schon haben, das würde Menschen in Hunger bringen und würde Konflikte auf der Welt auslösen, die sicher nicht friedlich enden. Das ist nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist, wir müssen uns anstrengen, wir müssen schneller werden, wir müssen aber glauben, dass wir unsere Lebenswelt, die wir hier haben, mit Innovationen zukunftstauglich machen können und dann anfangen, Beispiele dafür zu nennen und Projekte dafür zu starten und das durchzusetzen. Dazu gehören dann auch Steuerungselemente. Natürlich und wahrscheinlich ist einfach richtig, den Preis für Emotionen für Verkehr und Wohnen hätte man schon vor einigen Jahren einführen müssen und deshalb muss man das jetzt wahrscheinlich auch entschlossen machen. Das ist ja in Ordnung. Es ist nicht so, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Und das ist auch ein Recht, junger Menschen auch freitags zu fordern. Und da muss es eine Antwort der Politik geben. Aber die Frage ist, ist die Antwort ein Davonlaufen unter dem Motto, oh Gott, wir haben jahrzehntelang alles falsch gemacht, die Welt ist fast kaputt, wir müssen aufhören, so zu leben wie früher. Oder ob die Antwort ist, in dieser Welt der letzten Jahrzehnte haben wir viel Errungen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nicht mehr Hunger haben, die vorher Hunger hatten. Es gibt ganz, ganz viel weniger Kriege. Es gibt viele Menschen, die länger leben. Diesem Land geht es nicht im Prinzip schlecht. Aber wir haben Probleme, da müssen wir jetzt Gas geben. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir schnell zu Änderungen kommen. Aber nicht, indem wir alles aufgeben, was wir gemacht haben. Dafür gibt es keinen Grund. Und wenn man es machen würde, wäre es auch sehr gefährlich. Und vor allen Dingen, wir haben andere Ideen. Da würde ich die CDU gerne sehen. Und da würde ich mir auch irgendwann träumen, dass automatisch jeden Nachts eine Person, männlich oder weiblich, einfällt. Und man sagt, der muss morgen früh Umweltminister werden und der muss aus der CDU kommen. Und das geht nur, wenn einer sich hinstellt und anfängt, auch ein bisschen zu provozieren und zu diskutieren, das so ein Programm macht und sich entwickelt. Das hat es früher auch gegeben. Ich nenne mal ein Beispiel aus dem Main-Taunus-Kreis. Ich habe das Vergnügen gehabt, in meiner Jugend Heinz Riesenhofer dazu zu arbeiten, als er in den Bundestag kam. Und Heinz Riesenhofer hat dann irgendwann einfach angefangen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was für Folgen hat denn Technik? Technologie, Folgenabschätzung heißt das. Heute alles längst Standard. Aber man hat kein Schwein der Erde darüber geredet. Dann hat Helmut Kohl irgendwann gesagt, dann mach doch dazu mal eine Enquete-Kommission, wenn du da dauernd drüber redest. Dann hat er eine Enquete-Kommission gemacht. Ansonsten war zehn Jahre. Bundesforschungsminister hat dieses Land in eine neue Dimension geschossen. Als Person. Und Heinz Riesenhofer ist heute noch über 80, nicht mehr im Deutschen Bundestag. Aber den kann man an jeder Stelle stellen. Jeder sagt, das ist der Mann, der für Forschung steht. Ich behaupte, das ist in unserer Welt wiederholbar. Und das ist eine Sache von Parteiführung, aber auch von individuellem Engagement. Und das gehört zur Veränderung der Partei. Nicht die permanente Diskussion, während in zwei Wochen der Bundesvorstand zum Kanzlerkandidaten macht. Das muss man am Ende auch entscheiden. Das ist nämlich auch gar nicht unwichtig. Nur da ich daran nicht mehr teilnehme, will ich darauf hinweisen, damit löse ich die Probleme nicht. Alleine, wenn das anderen nicht geschieht. Und deshalb ist ja diese Idee, dieses Cicero-Papiers zu sagen, du kannst schreiben Gegenartikel. Aber man hört auf, über die Diskussion zu reden, ob das irgendwie instrumentell ist. Sondern das sind Absätze. Wir haben jetzt einige davon diskutiert. Da kann man dafür sein, da kann man dagegen sein. Wenn man dafür ist, muss man sich fragen, warum wir es nicht machen. Denn dass einer behauptet, dass wir es im Augenblick machen würden, fände ich kompliziert. Und wenn man sagt, es soll nicht gemacht werden, dann sage ich, das ist auch gut. Dann müssen wir wissen, was machen wir dann? Ja, ein Satz war auch, wir müssen bereit sein, so für unsere Ideen zu kämpfen, dass wir auch bereit sind, den Preis der Opposition dafür zu bezahlen. Nun wird die CDU ja auch immer so ein bisschen böse als Kanzlerwahlverein oder Kanzlerinnenwahlverein bezeichnet. Aber ist das nicht vielleicht auch einfach, liegt die Lösung nicht so nahe, eigentlich zu sagen, wir sind einfach zu lang an der Regierung, wir sind zu lang, alles ist bei uns aufs Regieren ausgelegt und eben nicht mehr um den Streit, auch wirklich die Leute zu überzeugen? Ich bin da skeptisch, weil wir waren auch vor 30 Jahren schon lange an der Regierung. Also das ist ja auch eine der Besonderheiten. Die Geschichte dieser Bundesrepublik Deutschland ist mit der Geschichte dieser christlich-demokratischen Union nach 70 Jahren sehr eng verbunden. Ja, die CDU trägt dafür mehr Verantwortung als andere. Sie kann das nie alleine tun, aber sie trägt dafür mehr Verantwortung als andere. Und deshalb hat sie auch längst bewiesen, dass sie zur Erneuerung immer wieder fähig ist. Und das letzte Jahr, diese tolle Diskussion um die Vorsitzendenwahl, ist doch ein Beweis dafür. Wenn man jetzt sieht, wie die Sozialdemokraten da eine sehr verkrampfte Nummer abziehen, die letzten Kandidaten, von denen jeder weiß, die werden es nie lange durch die Welt ziehen. Wir haben drei Kandidaten gehabt, die am Ende Parteipräsidenten sind, bei denen es überhaupt kein Zweifel gibt, dass jeder dieser drei Parteipräsidenten Kanzler sein kann. Das hat niemand eine Sekunde bestritten. So, das ist doch prima. Also das heißt, wir sind zur Erneuerung fähig. Und trotzdem gehört dazu, wenn man die Schere aus dem Kopf rausnehmen will, muss man über, man darf nicht permanent auf eine Meinungsumfrage gucken. Was in der CDU heute passiert, nicht nur in der CDU, aber das interessiert mich halt nur da, ist, man sagt, ich habe eine gute Idee, ich frage einen Meinungsforscher, ist die populär? Und dann sagt der Meinungsforscher, nein, die ist nicht populär. Und dann sagt man, dann vergessen wir es. Und das geht nicht. Weil dann läuft man ja permanent hinter Leuten her, die gar nicht wissen, was sie wollen sollen, weil es ihnen nie einer gesagt hat. Man muss ihnen doch ein Angebot machen. Jetzt bin ich noch nicht ein hinreichend alter Mann aus meinem Verständnis, obwohl das ja andere anders sehen, aber ich bin sozusagen dabei, auch ein bisschen Geschichtsbücher zu erinnern. Darf man auch bei der Union sagen. Es gibt die schöne Geschichte von Konrad Adenauer, als Konrad Adenauer entschieden hat, durch die Wiederbewaffnung, die Integration in die NATO zu machen, in einem Land, das damals noch nicht mal zehn Jahre richtig aus dem Krieg raus war, verwundet, zerstört. Wenn da einer sagt, wir machen wieder eine Armee, kann man sich vorstellen, dass das sozusagen ganz, ganz schlimme Sachen ist. Zu der Zeit, als er das gesagt hat, gab es noch Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene in Russland. Man muss sich mal vorstellen, welche Lage das war. Dann hat er gesagt, das geht nicht, Deutschland muss wieder in die Welt integriert werden, wir müssen die Verteidigung der Freiheit mittragen, das können wir nicht andere überlassen. Dann ist Felix von Eckert, sein damaliger Regierungssprecher, zu ihm gekommen und hat gesagt, der Bundeskanzler, ich muss Ihnen sagen, 70 Prozent der Deutschen sind gegen Ihre Vorschläge. Und dann hat Adenauer ihn angeguckt und alle gesagt, heute hätten ihn auch angelächelt und hat in seiner reichlichen Art gesagt, da haben sie aber noch eine ganze Menge zu tun, Herr von Eckert. Für ihn war nicht die Frage, dass er die Idee aufgibt, weil sie nicht mehr sind, sondern wir müssen eine Mehrheit dafür holen. Und Mehrheiten, ich finde, man muss nicht alles teilen, was Macron macht, aber den Mut, den er gehabt hat, gegen die rechten, starken Stimmen, zu sagen, ich bin ein Pro-Europäer und will als europäischer Präsident von den Franzosen gewählt werden, obwohl die Franzosen nicht in ihrer Mehrheit ein Fanatiker der Aufgabe der Souveränität zugunsten Europas sind, zeigt, dass das geht. Und das müssen wir machen. Und da ist vielleicht eine Bemerkung dazu noch, da ist natürlich in der Volkspartei wichtig, in der Volkspartei, das haben wir über diese drei Dinge, also Freiheit, Sicherheit, Zukunftsoptimismus gesprochen, eine Partei macht ja nicht alles, was ihre Wähler wollen. Also ich hätte es immer schrecklich gefunden, bin das ja oft im Leben gefragt worden, sind sie mit allem einverstanden, was die CDU macht? Weil ich mir gesagt, um Himmels Willen, nein, dann kamen der Journalisten, sagen Sie mal, bei was nicht? Dann sage ich, das sage ich Ihnen nicht, weil dann haben wir die nächste Diskussion. Aber natürlich bin ich nicht mit allem einverstanden. Und ich kenne ganz viele Wähler, die das sind. Aber ganz zum Schluss haben diese Grundelemente, ich bin für Freiheit, ich will in einer sicheren Welt leben, ich glaube an die Gestaltbarkeit der Zukunft, dazu geführt, dass ich sie zu nur noch trotzdem gewählt habe. Das ist das, was Volksparteien ausmacht. Volksparteien werden von Wählerinnen und Wählern gewählt, auch in schwierigen Situationen und manchmal trotzdem. Weil sie sagen, das, was die gerade gemacht haben oder die Person, die das gerade macht. Aber trotzdem, das ist mein Denken. Und nur dann kann man Kompromisse schließen. Wenn ich kein trotzdem mehr habe, also wenn ich nicht wegen solcher Überlegungen wähle, dann habe ich doch eine Konsequenz. Ich gehe dann zu der Gruppe, die am klarsten und präzissten genau meine Interessen vertritt. Das heißt, wenn es diese Volksparteigedanken, das trotzdem nicht gibt, kommen immer mehr kleine Parteien. Wir kennen das doch in meiner Heimatgemeinde, unserem Eschborn, gibt es eine Partei, die hat sich gegründet, weil eine Gruppe von Bürgern gegen einen Funkmast ist. Die besteht jetzt auch schon seit längerer Zeit. Das heißt, wenn man aufhört, große Überschriften attraktiv zu machen, werden die kleinen Überschriften immer schwieriger. Und dann hat das leider Gottes in der Demokratie auch die Folge, dass radikale Parteien mit unverschämteren, unanständigen, frecheren oder einfach egoistischeren Forderungen auf einmal eine große Attraktivität gewinnen. Weil sie sind dann eine Partei, die das trotzdem gar nicht sagen muss und die anderen sind nicht mehr da, in der man sagt, naja, okay, da gibt es auch interessante Sachen bei den anderen Parteien, aber trotzdem, also ich bleibe bei der. Diese Wählertreue erlangt man nicht, weil Leute in einer bestimmten Gruppe geboren sind. Die gibt es heute nicht mehr, weil jemand katholisch oder evangelisch ist. Diese Wählertreue kann nur aus Hoffnung, Überzeugung, Vision kommen. Und das müssen Volksparteien leisten. Das ist schwieriger als früher. Deshalb wird es da auch nicht mehr so oft 50 Prozent Parteien geben. Aber 35, 40 Prozent einer Bevölkerung damit zu erreichen, das finde ich nicht überambitioniert. Und wenn die CDU das erreicht, dann hat sie auch nicht die Probleme, die sie da im Augenblick in Thüringen erlebt. Das ist doch ein gutes Schlusswort und wir wollen natürlich auch von euch wissen, wie ihr die Zukunft der CDU, die Zukunft der Bundesregierung seht. Was euch wichtig ist, schreibt es uns in die Kommentare und wir bleiben in einer guten Diskussion. Mit Roland Koch wissen wir immer, dass wir jemanden haben, der für seine Ideen kämpft, der keine Hemmungen hat, die auszudrücken und wir sind froh, dass er das auch weiterhin macht. Deshalb, lieber Roland Koch, vielen, vielen Dank für das Interview. Wie gesagt, sagt uns eure Meinung und wir freuen uns dann auf die nächste Folge J.U. Live. Herzlichen Dank. Vielen Dank, alles Gute.